Gestern ist das neue Album von Platin rausgekommen und eigentlich wollte ich heute meine eigene Reaction machen. Ich habe auch alles vorbereitet, Text und so weiter. Und ich habe aber eine andere Idee. Das wird jetzt ein Experiment sein, ein Test. Ihr könnt mir aber auch in die Kommentare schreiben, ob es euch gefallen hat oder nicht. Ich möchte gerne eine Reaction auf eine Reaction machen. Ich habe schon geguckt, es gibt schon einige, die haben eine Reaktion zu diesem Album gemacht. Ich würde mir gerne die Reaktion mal anschauen. Es interessiert mich auch sehr, wie die Leute auf gewisse Sachen auch reagieren. Ich schaue mir auch ab und zu mal Reaction-Videos an. Ich würde mir sehr gerne mal so eine Reaktion mal anschauen. Und ihr könnt mir wirklich in die Kommentare schreiben, ob das eine gute Idee war oder nicht. Wie gesagt, ich habe schon geguckt, es gibt schon einige, die haben ein Video dazu gemacht. Zum Beispiel, er hat schon ein Video gemacht. Wow, vier Stunden geht das Video. Was hat er sich angeschaut? Avengers oder was? Dann dieser junge Mann und dieser junge Mann. Achso, da sind die selben, also der Typ hat hier auch schon eine Reaction gemacht. Und er hier auch. Er. Ja, es gibt halt ein paar Leute, die haben schon was dazu gemacht. Oh, guck mal, die beiden Jungs hier haben auch schon was gemacht. Sehr sympathische Jungs. Zumindest sehen die so aus, sehr sympathisch. Okay, er auch. Ich weiß nur nicht, wem ich mir anschauen soll. Das ist jetzt die Frage. Wem soll ich mir anschauen? Ich glaube für euch, für die Zuschauer, glaube ich zumindest, würde es wahrscheinlich interessant sein, wenn ich jemanden anschaue, der irgendwie auch so Interaktion hat mit Chat. Aber das Problem ist, es gibt nicht so viel Auswahl. Einmal gibt es dieses Video, das geht aber vier Stunden. Ich will mir kein Video anschauen, das vier Stunden geht. Also das geht, das ist viel zu lange. Merkwürdig, das Video geht eine Stunde elf und das geht eine Stunde. Okay, lass uns mal dieses Video mal anschauen. Lass uns das mal anschauen. So, eine Sekunde, meine Facecam, ich glaube, ich muss meine Facecam anders machen. Okay, lass uns das mal, lass uns mal die Reaktion anschauen. Ich werde trotzdem aber zwischendurch auch so ein bisschen den Text lesen. So, lass uns das mal anschauen. Wir sehen, was uns das mal anschauen hat, was dieser Artist hat, den Sie alle alle wissen. Von прошлого Relesa Sousa Music. Von прошлого Relesa Artyst прошло 3 года. Und hier ist es nicht so, ob er das Relesaum 3 года ist. Oder er hat sich das Relesaum und für den letzten Jahr Und jetzt alles neue Trends zu haben, er hat sich auf sich auf eine Album gemacht. Ja, wir haben uns ein Glanzeses gemacht. Ihr könnt sehen, alle Nominations. Klipp Miesi Sons zu schlossen. Natürlich, Korrech, witzuall toll. Prodüser Miesi Pitch. Album Miesi Miyagi Enspil, Artist Goda. Ihr wählt Danilo Gorilla, aber ich habe das nicht gemacht. Ich werde sagen, wie es ist. Первый трек. «Время на веселье». B***ь, это лучший артист, нахуй, современности. Подождите, мне нужна вода. Wada, sie zu zammkischnecht? No, ob ich jetzt gerade was aufpasst. Ach, сука. Ok. Ja! Hat er sich so sehr auf das Album gefreut, dass sogar seine Hände zittern. Es ist krass, wenn man so lange auf so ein Album wartet und man ein richtiger Fan ist, dann bekommt man auch wirklich Gänsehaut. Okay. Ich habe gesagt, dass es heute alles objektiv ist und wirklich objektiv ist. Wer sagt, dass es jetzt alles objektiv ist, dass es jetzt alles objektiv ist und so weiter geht. Der Beat ist stark Der Beat ist stark und richtig Power Also der Typ ist auf jeden Fall in Schockzustand Das ist geil, ich finde das geil Ich gucke auch ab und zu gerne Reaktions, muss ich sagen Mäso 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 Htt Htt Prodüser также Sharkboy Я думаю, что Sharkboy тут, мне кажется, спродил где-то треков 20 Сколько? 23 трека, да? Я думаю, там Sharkboy, только Sharkboy, Skipass и Nest Вот, мне кажется, что они трое только чисто спродили Начинаем следующий трек, let's go Htt Поехали Хочу тебя трахать, я хочу ебать Хочу тебя трахать, я хочу ебать Грубо Я думаю, про пятницу ещё он писал Я думаю, про пятницу ещё он сказал gł sneez út を hing ein Ich will es nicht mehr aufnehmen. Ich will es nicht mehr aufnehmen. Ey. Geil. Ich hab wieder so gerne. Mh. Problem. Das ist toll Es ist einfach so... Ich habe gesagt, dass ich mich objektivisch bewertet habe. Es ist einfach so... Es ist einfach so... Ich kann nur eine sagen also die Beats sind wirklich krass die Beats hauen ein wirklich das Hirn weg man sieht also man sieht auch dass das solche Beats auch die Leute mögen ja also diese diese unnormale basslastigen Beats die so einfach rein kicken schon stark von Grady ich verabschiede nicht nur Extreme Ich habe einen Barsen gespielt. Ich habe einen Scheiß in der 9-Klasse. Ich erinnere mich, wie ich in den ersten Mal verabschiede habe. Ich habe mich gefunden, dass du nicht mit ihm verabschiedst. Ich habe mich nicht verabschiedet, aber ich denke, dass ich meine Kinder habe. Ich habe mich nicht gewohnt, dass sie sich so, wie es mir braucht. Oder sie sofort geht. die stimme schon Was hat er sich da unter die Lippe getan? Was hat er sich da für so eine Tüte unter die Lippe getan? Ah, Tabak wahrscheinlich. Tabak. Tabaktüte. Das ist so lieux. Es ist noch besser, dass es auch besser ist, es ist ein junger Mensch und junger Mensch. Sie hat mich in die Liebe, wir sind auf der Bühne, und wir fangen mit dem Fim. Wir sind ein wunderschön. Das ist ein wunderschön. Wir sind ein wunderschön. Es ist ein Wunderschön. Ich bin in die Kirche. Und ich habe die Antwort, hier wird ein Kandil. Ich bin ein wunderschön. Es ist ein Wunderschön. Ich bin ein Wunderschön. Du bist nicht auf der Straße. Du bist nicht über das. Ich bin ein Mann von Gabel. Ich gebide in Geta. Bruchige Cremien. Das ist ein Airforschen, Kind. Im côngott. Ich bin bin der Präsidenten. Ich klasse, mich liebe dich. Ich bin aus der Bühne. Ich bin aus der Bühne. Ich hab immer einen BHHHHH. Ich bin auf demauen. Ey, der Typ geht doch richtig ab. Ey, das feier ich. Das ist geil. Also, der Typ anscheinend, der ist einfach, das ist so sein Element. Das ist so seine Musik. Man merkt das auch. Das ist krass, dass er das so feiert. Das ist krass. Wir waren jetzt bei dem Song Bass. Ich lasse mal dieses Fenster hier offen. Ich würde mal gerne ganz kurz von jemand anderem so eine Reaktion sehen. Guck mal, wir nehmen mal den hier. Und der nächste Song ist Beethoven. Eins, zwei, drei, vier. Ich glaube, das muss Beethoven sein, Moment. Тут 10, кто ставит меньше. Okay, das war der Bass-Song. Jetzt kommt Beethoven. Okay, Beethoven. Wir sind weiter. Bitcoin, Platina, Skala, Milana. Das war der Was? Eine Frage habe ich, was will er uns damit sagen? Möchte er gerne etwas lecken? steal it! Silicin! иля Cher! Silicin! Silicin! Das ist die Wahrheit, ich will nicht in den Rhein. Wenn ich dich bin, dann habe ich das Gefühl, wie ich bin in den Rhein. Ich habe 2 Millionen in den Porthil, Gucci ist ein Seif auf meiner Seite. Baby, ich habe gesehen, dass ich meine Barna-Babken habe. Ich habe meine Lieblings-Babken. Ich habe meine Lieblings-Babken. Ich habe meine Lieblings-Babken. Und ich bin in der Türe. Und ich gehe auf den Block. Ich habe meinen опытen, um mich zu überleben. Ich habe mich sehr gut gemacht. Ich habe schnelles Hilfe. Ich kann mich nicht mehr. Ich bin sehr viel. Ich bin der Barsche. Ich bin der Barsche. Ich bin der Barsche. Ich bin der Barsche. Ich bin der Barsche zu unsere Lieblings-Base. Das war, in derлюt los. Ich weiß sehr viel Gedanken. Ränder, wie ich mich genauere. La Barsche zu weglаз hat. Drei Ch количество. Og jetzt wohl, dass er nur einer Schствомes Male z new. Zwarge ich so viele. NO true, aber aussp année nie nicht. leurs Dachsед têm sich Marer male. Ich bin der Gl cubesge. Das ist wahr. Ich weiß, dass Gran Ramses nicht mehr. Ich bin kein bisschen. ist das ein Peizd grows. Ich bin, Davge sage. Tuo sch sandwiches. Du gray saya Wachl эксп, du haben dich mit medication. Ich finde auf diesem Track Skyli Milano ziemlich geil, also Skyli Milano hat hier wirklich einen rausgehauen. Ich glaube, du sagst genau dasselbe, was ich gerade gesagt habe, dass er Skyli Milano hier am besten findet. Ich finde, Skyli Milano hat hier wirklich sehr gut gefallen. Es ist der erste Track Skyli Milano, die ich in Playlist habe. in целом вообще нормально бодро идем первый трек я не добавил что вы какой-то средняковый чисто платина type все остальные они прям запоминаются и басок остался в памяти и хочу тебя трахать и вот это прям ну пока альбом ну прям отличный ну прям отличный мы еще повторно друзья пройдемся по всем трекам в конце вы знаете мы там еще час их переслушиваем пока что на уровне ознакомления первого прослушивания все треки прям с первого раза залетают в голову все не бубню извините идем дальше не надо говорить просто покажи какие самый свежий на бите как я больше не меня не поэтому так все не надо говорить просто покажи какие то Also der fühlt auf jeden Fall auch den Vibe, der Typ. Ich bin mal gespannt, wahrscheinlich so im Laufe des Tages und morgen kommen noch viel mehr Reactions auf das Album raus. Und ich glaube, da werden richtig gute Reactions auch dabei sein. Und ich habe so mitbekommen, dass auf dieses Album sehr lange gewartet wurde. Ich bin ein Goblin. Ich weiß nicht, ich bin ein Goblin. Meine Leute, das ganze Gang. Ich habe andere, ich denke, sie sind. Ich denke, dass du das nicht in dir wissen. Wir hatten eine Liebe, aber es ist nicht mehr. Manche mir auf, auf auf der Luft, auf der Luft. Ich bin schnell zu Hause, ich mache Geld. Und dann, wie ihr es. Ja, das ist Sosa, baby. Spazier sind meine alte Stil, für meine Kinder. Ein paar von MyFloid, das ist der Karriere. Werden Sie, wie ich, aber du nicht mehr. Sie schauen, meine Leute, ich glaube nicht. Das war's für heute. Ich weiß nicht, ich muss nicht sagen, einfach sagen, wie ich. Ich bin der größte auf dem Bt. Ich bin der größte auf dem Bt. Ich bin der größte auf dem Bt. Oh, so, der größte auf dem Bt. was er sagt und dann gucken wir mal auf eine andere action track этот меня nie покоряет такой default track nach 7o jaron blatt что вы меня понимаете чуваки реально просто душа в душу я вот думаю 7 pоворачивая 777 я согласен просто default default track для количества ja default default track default komm gucken wir jetzt den nochmal an salüt всем с вами мастхед сегодня на стриме мы слушаем новый альбом платье ааааа, der hat keine таймкод wir brauchen wir brauchen den 6-ten song, 6-ten song весь Pizion запада, но они его делают здесь, типа они его там привели в какой-то абсолют и делают крутой звук, текст, хуйня я не могу слушать, не буду, но базара нет вам может нравиться кому-то, мне не нравится, все, ну типа, все стандартно я слушаю Оксимирона, блять, все переплетено, море нити, но потяни за нить за ней потянется клубок, блять, этот мир веретено, вы понимаете, да? а я хочу трахать, хочу ебать, блять, ну не мое это, нахуй я слушаю Оксимирона и он мне дает больше, чем школа дал мне больше, чем школа, нахуй я слушаю Платину и это детский сад, нахуй, как будто но звучит круто, базара нет просто это не мое, я не могу слушать треки в которых пустоват текст все треки, которые Платины у меня есть там есть крутые строчки, блять поэтично это звучит здесь это просто, ну, хороший репрезент типа, не больше, не меньше блять, чё за минуту просто написал, это пиздец вот просто он говорит, типа Маскай запишет свой трек со смыслом про приседание на бутылке, а потом он гоняет Лысого в 2к24 про кого, куда, нахуй ну, типа Оксимирона, слушаю гоняет Лысого в 2024, блять смешно, да я бы когда-то думал, что это было но если это кто-то если не твоё зачем ты делаешь реакцию, дабы пропиарить свой недоканал ва**, брат ну, это что-то если ты в детский сад ебучий поэтому тебе три дизлайка, уволен Ll acquит уволен, зайду все пойди с эээ у меня c Ja, alle sind das nicht so nass. Sie können 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 nicht so nass. Es ist. Rott Romschicka bleibt. Ich habe gesagt, dass er nicht mehr von Schalack ist. Er hat Romschicka auch verleicht. Jöpfe Romschick, schade. 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 Schade, das ist ein verdammtes Problem. Ich bin es ganz nett. Ich bin echt lieb. Es ist toll. Ich liebe es. Ich liebe es. Hand ist noch da. Was wird da? Okay, okay. Ich dachte, dass es echt interessanter wird. Die Jungs haben auch keinen Timecode. Oh shit. Er hat auch keinen Timecode Ja gut, na gut Schade eigentlich, ich hätte gedacht, die haben wenigstens einen Timecode Dann hätten wir uns das in Udo angucken können Aber die haben alle keinen Timecode Und er jetzt auch, oh Gott Dann lass uns mal den sechsten Track hier suchen Ich hab jetzt hier den sechsten Song gefunden Hören wir uns ab hier an Ich glaube, der Typ war bis jetzt der interessanteste Wir haben uns auf jeden Fall oh bl.. we are so calm we are just on Chile 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 we are just on the ground just go to hell they play my crew i would have killed her but i can't loved myself but i don't love sometimes i take myself i only have one laugh sometimes it's sad not a weekend my life was all with this time everything was all my life was all every moment it's going to work everything was all my life was all this game... we already try you just forgetwers there are already tickets Ich finde den Song ziemlich chillig, muss ich sagen. Es ist ein guter, chilliger Song. Ich würde auch sagen, so ein Standard-Song, aber hat eine richtig gute Atmosphäre. Ich würde auch sagen, dass ich nicht so viele Artysten habe, dass ich so viele Artysten habe, das nicht so viele Artysten hätte, das würde ich noch nicht so viele Artysten hätte. Ich würde auch nicht so viele Artysten haben. Das ist die nächste Artyste. Let's go! Es ist schon kifft, wenn du nüchst Duhi nüchst. Wenn du sie nüchst, musst du nüchst. Nüchst ein paar Artysten und dann nüchst ein paar Artysten. Und dann nüchst die Koffeinne Zerde, um dann zu spüren, um dann zu spüren und zu spüren. Ich muss noch einmal hören, um diese Duh-Duh-Duh-Hee. Es ist eine Katze? Nein, einfach nur ein bisschen, 10 Sekunden, ein Verröf. Ich habe schon einen Kommentarer, wie es auf YouTube gibt. Ich würde sagen, wie es das Beste gibt. Ich würde gerne sagen, wie es das Beste gibt. Oh, Beste. Hier würde ich das Beste sein. Hier würde ich das Beste sein. Hier würde ich das Beste sein. In der Fall, hier ist es ein Hits-Mesäß. Hier ist es. Oh, Beste. Ich würde jetzt aufstehen und aufstehen und aufstehen. Ich dachte, ich wusste, wird das Träck oder nicht. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre lang, ein bisschen früher, in dem Jahr, ich war bei Hotbox, und er hat sich... Oder nicht dieser, b***h? Oder nicht dieser, b***h? Ich habe einen schönen Tag, ich hab den Geht. Ich lege meine Schuss und sieh'er. Es gibt keine Geld, du hast es viel zu spät. Sie wird dich wie ein Geht. Ich glaube, sie lieben mich. Ich glaube, sie lieben mich. Ich denke, sie lieben mich. Ich glaube, sie lieben mich. Ich finde sie lieben mich. ja 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 Ich bin ein Freund von einem Mann auf einen anderen. Ja, ich mache nicht in den Geld, sondern sie ist sie. Ja, ich kann nicht mehr, dass ich mich nicht mehr schluchte. Ich sehe deine Angst, wo ich dich schluchte. Und wo ich die Nacht schluchte? Ich möchte mich, dass wir uns Kinder haben. Ich habe alle Geld mit uns zusammen. Das ist ein Sandwich. Ich habe mich so, wie wir sie haben. Ich habe immer viele Fragen, aber ich habe mir Antwort. Du möchtest mich oder du möchtest? ich glaube der der track wird auf seinem konzert der ich glaube alle wenn da abgehend der track wird wahrscheinlich bombe sein auf seinem konzert ich kenne euch sag, wie korech für schwarze, denn es ist die beste in der Welt, ja in cael, es ist ebenso, es ist kultur Ness sagte, dass dieser Bied heißt Elektro Goblin, weil sie ihn geschrieben haben nach Elektronen Freaktsus. Das ist das? Das ist das? Das war eine Idee von Elektronen, und nachdem er geschrieben hat? Ness sagte, dass dieser Bied heißt Elektro Goblin, weil sie ihn geschrieben haben Oh, bl*** Oh, geiler Anfang Der Anfang ist wirklich gut Oh, bl*** Oh, bl*** Znä 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 Set me up. Sei bei euer Fusses. Nihilji! Es ist geil zu sehen, wie die Leute die Songs fühlen. Ich wollte, dass... Das hört sich sehr philosophisch an. Das hört sich an. 1 von mvp track für mich der ist auf jeden fall auch sprachlos sprachlos von diesem von diesen style von diesen songs ich glaube auch weil das ist halt so neuzeit new school musik ne und ist auch natürlich ganz was anderes als was ich immer höre dennoch interessiert mich immer wieder so neue stile neue musik immer ich höre mir immer wieder gerne von unterschiedlichen art ist neue songs an so aber ich glaube dass es so dass hier dieses dieses album ist wirklich für die junge generation gedacht so und ich glaube er ist auch sehr jung und deswegen dem gefällt dieses album auf jeden fall wird sieht man auch an seine reaktion tanzen wanneer prekinti die die wotten nate 10 fuh blyas fuh blyas sponius das ist das wut 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 Ich habe die Zeit, ich habe die Platina, ich habe die Dürfe. Ich habe die Zeit. Ich habe die Zeit. Ich habe die Text. Es gibt die Text. Nein, das ist nicht so. Oh, blablabla. Wie ist das denn, wie ich ein GEN? 3, 2, 3, 7 Ich bin in der Zeit, ich habe keine Ahnung, warum Ich bin zum Beispiel auf meinem Geist, als würde ich gehen in der Hand Ich komme mit meinem Geist, um ein Wunder zu verabschieden, um ein Geist zu nehmen Ja, wie ich alles in der Lage bin, um ein Mann zu haben Ich bin ein Mensch, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann Ich bin ein Kobi, sie will mich für das, was ich habe Ich bin ich gemütter, als ich mich für das tun Ich bin leid, ich mache, als würde ich nicht Ich bin, ich habe einen Geld, als würde ich nicht Ich will mich, wie ich mich Ich will mich, wie ich Ich bin so leicht, wie ich ZUK, ZUK, SUK! Und weiteres. Du verdienst das Zeit, und du bist zu beruf. Und du freust mich? Ich bin der alten Triff. Ich habe neue Triff, aber ich bin gewohnt. Ich muss mich mit uns tun. Ich habe mich in der Studie. Ich bin in der Arbeit. Ich bin mit der Arbeit. Ich habe mich verloren. Wenn du mit mir standst. Ich schaue auf dich. Ich lege deine Details. Wenn du nicht, ich habe vieles. Ich bin immer auf dich. Aber ich bin immer schwer. Ich nütze nicht. Ich verletzte mich. Ich habe mich verloren. Ich bin ein Mensch. Ich habe einen Tag, dass ich dort vermindert. Ich bin der Zeit. Ja, ich bin zu verletz. Ich bin länger vorbei. Ich erkläre es euch so wie es ist, ich lese mir so gerade nebenbei noch den Text. Das ist natürlich, wie gesagt, das ist alles New School. Und was für die junge Generation und es klingt gut, es klingt wirklich fresh, es klingt wirklich gut. Über die Texte kann man streiten, ja, also ist halt, was für die junge Generation, würd ich sagen, ne? Oh, bl***! Balenciaga, der nächste Track Balenciaga Party. Mh, yeah! Mh, ja, let's go, let's go, let's go! Mh, ja, let's go! Mh, ja, let's go! Mh, ja, let's go! Mh, v celestial! Das ist gut, es ist wirklich gut. Waksimik, das ist ein verdammt. Ich bin der Bettege-Boll, ich bin der Bettege-Boll. Ich bin der Bettege-Boll, ich bin der Bettege-Boll. Ich dachte, was ich nicht zu verdienen? Nein, das ist es... ... Ich will mal kurz, von dem will ich mal kurz die Reaktion mal sehen. Ich glaube, der hat auch, der fühlt, glaube ich, auch das Album so. Der nächste Song, Song 12, Floating, Mushido so, 10, 11, 12, Playwood, let's go, Playwood. Ich weiß nicht, dass ich meine Sitzung habe, dass ich meine Sitzung habe. nie и толкаю я 23 года на земле живу ну так никто никогда не выражался сколько раз было да это круто это круто вот такая грязь с изюминкой мне нравится грязь с изюминкой меня поменяли меня поменяли два колеса и я круче педали все мои опытом обосрались мало я с тобой не очень-то вайбит как будто бы я облака дадя к образу да еще чуть-чуть я просто улечу пацаны не стоят ни на чем они плывут так много вультов и я еще хочу все эти мысли кружат мою голову она снова лезет мутит голову не помню себя трезвым вспомнить не могу я помню себя бедным да я был внизу я вижу тебя насквозь для тебя на все готов миллион алых рост свое сердце на мороз похуй на них всех уже не выдержали свой файм я могу все без фитов весь их новый флоу онлайн весь их новый дрип онлайн вся ваша баба был фейк пацаны с алиэкспресс скинули себя на свайп тяжело за мной смотреть я забрал ее в отель я забрал ее себе сделал то что я хотел да еще чуть-чуть я просто улечу пацаны не стоят ни на чем они плывут так много вультов и я еще хочу все эти мысли кружат мою голову она снова лезет крутит голову не помню себя трезвым вспомнить не могу я помню себя бедным да я был внизу так я не знаю почему так никто не делает но мне нравится вот это с чем вы этот бас сравните вот кто-нибудь так еще делает послушай вас бедным да я был внизу ну где вы этот бас еще слышали как будто взяли вот молотком по уху те треснули круто 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 но плывут уже выходят я ошибся друзья хороший трек на 8 без вау-эффекта но очень хорошая крепкая работа сразу britney spears сразу а Der Track heißt Britney Spears Es wäre ja so geil, wenn er einen Sampler von Britney Spears gehabt hätte Das wäre, glaube ich, wirklich gut gewesen So ein New School Britney Spears Beat Ich bin so in den Jahren Ich bin so in den Jahren Ich bin so in der Zeit Du selber kamst zu mir Ich habe mir alles vergessen Ich habe mein Handy Es ist jetzt nicht für dich Es ist sehr gut, wenn ich nur ein Geld Ich bin so ein, wie ich bin Ich bin so wie ich bin Ich bin so ein Lippen Ich bin so ein Lippen Ich bin so ein Lippen Ich bin direkt aus MTV Ich bin so ein Lippen Ich bin so ein Lippen Ich liebe dich Ich liebe dich Ich bin so ein Lippen Ich bett Ich bin so ein Lippen Ich bin so ein Lippen Ich mache das vorsichtig, ich bin drauf und glaube ich, du bist zu jeden von mir und glaube ich. Ich habe das, wie ich mir das so Excuse me, ich habe es weird. Ich habe es mir denn da und die Hände, ich habe es mir gehört. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich überrasse mich zu ihm und bin nun fast wahrscheinlich losgeht Ja, lieber nicht mehr mehr Lämme 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 Ich habe PEPL. Ich schluss, wenn nach Platinen noch noch die Zuschauer, wenn es noch 20 Jahre alt ist. Dann schluss ich. Ich bin ein guter Träck, aber ich bin schon wieder verstanden. Ich fühle mich, dass es hier interessant ist, um die Flows zu verändern. Man sieht einen Quadrat so, dann einen anderen Flows, dann einen Musiker. Aber ich weiß, dass es nicht so gut geht. Wenn du sagst, dass es mir auf dich verstanden ist, ich mich wie es mir verstanden hat. Aber hier Flows mich wirklich interessiert. In meinen Augen ist der Track auch so ein Default-Track, also nichts irgendwie Besonderes, so hätte ich das jetzt gesagt. Aber ich sehe, dass er sich verändert hat, ich sehe so, schauen wir den hier mal weiter, auch, okay, 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 okay du hast du hier auch ich weiß du hast du ist du hast du hast du hast du hast du hast du Oh, blablabla ich so vibiert, blablabla Respekt, Leute Ich bin über mich interessiert. Ich schaue mir gerade die Trackliste an und das Album hat insgesamt 23 Songs. Ich bin der Meinung, dass es einfach zu viel ist, dass man nach dem 13., 14. Song nicht mehr so einen richtigen Vibe fühlt. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, man hätte das besser aufteilen können. Man hätte sagen können, dass man zwei Albums rausbringt und ich glaube, da hätten sich die Fans mehr gefreut und jedes Album hätte ungefähr 12, 13 Songs. Ich glaube, das wäre viel besser gewesen. 23 Songs sind in meinen Augen viel zu viel, wenn man eine Reaction auf ein Album machen möchte. Dann wird das einfach irgendwann mal, wie kann man das am besten sagen, die Luft ist auf einmal nicht mehr da. Auch die Energie geht auch so ein bisschen kaputt, finde ich. Man sieht aber auch an seiner Reaktion. Am Anfang hat er richtig mitgemacht und volle Energie und mittlerweile so ein bisschen die Luft raus. Ich glaube, der will einfach nur die Songs ganz schnell anhören und fertig. Das heißt, man ist einfach nicht mehr mit dem Herz, mit dem Kopf dabei, wenn man dieses Album hört. Weil es einfach zu viele Songs sind. Wenn du nicht weiß, wo ich, dann find mich auf dem Block. Ich bin jetzt da, wo die Geld, denn mein Welt ist so groß. Du kannst mit mir gehen, wenn du so willst. Wenn du so willst, wenn du so willst, dass du so willst. Das ist so mach, dann f*** ich. Scheiße. Oh, bl***h. Oh, das Toche nil. Ich bin kein Geld für Geld. Ich bin kein Geld für Geld. Wir wollen nur um Geld, wer es ist? Wir können keine Geld für Geld verdient. Das ist mein Geld. Ich werde es kursen, ich bin, ich habe mich zu vertreten. Ich werde es nicht vertreten. Ich liebe diesen Misch. Die Krise wollten meinen Sitz. Ich habe mich nicht zu lassen. Ich versuchte, ich wollte es nicht vertreten. Es war Puzzlewit. Ich weiß, ich bin von Glipp, ich bin von Lippen. Ich bin ein Licht, ich bin, so Weil... Потому что... Почему? Да я не про рожать. Я вас знаю, вы просто съебётесь. Лёха, не за творчество. Я за творчество. Это безусловно. Но я не продираюсь к этим словам. Я для вас говорю на х**. Я на районе вечно. Ты знаешь мое имя. Опять стреляешь мимо. Отдал ей славу жидкость. Она заслёт и смотрит на меня. И это мило. Только соседи не злись. Пусть на неё свою шлисть. Всякий смотри не влюбись. Та я зелён как Генчик. Я на меня на всю жизнь. Эху чуть лишь пинь. Она хотя в мой стиль. Она хотя в мой имидж. Идеальный тандем. Просто ах**нейший вообще. Какой лап здесь просто! Сука х**ень вообще. Лёхий простой тренд. Ой, блять. Ну, Сука, блять. Как е**ень. Ладно нам за это дети. Я нашёл. Я у меня нашёл. Я оставляю моё реакцию. Я посвящаю их. П Scoop. И... 16 шансов. anzuhören ist immer ziemlich schwer weil so viel zeit vergeht im endeffekt und dann ist man meistens mal müde interessiert mich ob die energie noch da ist beim 16-ten song ich will in der Club oh 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 ah, komm jetzt wird ein Plattino 2017 jetzt wird ein Plattino 2017 wieder 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 Ich habe ein Signal, dass es mir Zeit ist, um mich zu verabschieden zu treffen. um sieben zhuznach skiljjnja пальze по strunden beden im amir перед тем как мы не балусь не тратит моё время этот раз не будет как и man был первый много я бы поменял но это не теперь живу быстрее не помогают Das ist wie ein altes Paltier. Das ist ein interesser Tracks. Das ist unser Wettbewerb. Das ist ein cooles Träck. Das ist ein interessantes Träck. Die letzten vier Träck. Das ist eine Träpf-Kinne, die wir schon ein bisschen vergessen haben. Das ist ein Träpf-Kinne. Okay, okay, okay. Auch hier bei den beiden merkt man auf jeden Fall, dass die Luft schon raus ist. Ich muss aber was zu diesem Träck sagen. Ich finde, der Track mit Luf, 666, diesen Track finde ich sehr gut eigentlich. Ich finde den ziemlich musikalisch, muss ich zugeben. Aber der nächste Track ist interessant. Das ist nämlich ein Track mit Egor Krit. Und das will ich mal sehen. Die Reaktion will ich jetzt sehen. Jetzt. Und jetzt. Ich gehe nicht mehr. Ich sehe die, dass ich halt, dass sie man mehr braucht. Ich höre jetzt, dass ich nicht mehr höre jetzt. Ich will diese Reaktion ert. Ich weiß nicht mehr, dass ich ein Träger war. Ich weiß, dass ich ein Träger habe. Ich habe das schon gesehen. Wir schütteln aus sich. Vielleicht ist es gut, dass wir uns zacken haben. Vielleicht, wir uns nicht verstehen. Ich weiß nicht, dass wir so etwas verstehen können. Kommen in kaff, kommen nicht in kaff. Schauke, 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 schauke. Schauke, 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 schauke. Und warum? Schauke, schauke. Und wir kommenten nicht schauke. youtube самый бой мы никогда комменты не сносим я удалил один коммент за всю историю и даже не это было сегодня серьезно прикинь такие наши о чем там было жирный уже соскупился елисей пора искать хочу базу выду так с тобой показателем я подник от сенхайзер Irgendwie sind die Jungs gelangweilt Ich kann das auch verstehen Ich weiß nicht, was ich sagen Ich habe mich schon immer noch nicht Ich habe mich schon immer noch etwas es ist es Ja, es ist. Ja, es ist. Oder haben wir bereits auf Platine gewonnen? Ja, es ist. Es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht, aber... ich muss sagen auf diesem track klingt egocrit wirklich gut also ich hätte nicht gedacht dass der auf so einen style auf so ein beat passt aber hier wirklich geiler song mit egocrit ich habe mich nicht mehr als ein der mich nicht mehr so ein ich bin ja noch nicht hinüber ich habe mich nicht hinüber ich bin auf so einen ich bin nicht hinüber mit meinen Kollegen mir sehr lieb ich bin mir sehr erinnert wir haben einen R&B-klub wir haben alles wir haben uns geschenkt wir haben uns viele ich war ein mein erste Recon sind wir nur Fake wir sind wie wir ich war ein ich war noch ein noch an Fame noch an Fame noch an Fame Ich habe mich auf Banger gezwungen, sie sind aufgeregt mit meinen Dampen. Ich habe mich nicht schlafen, ich war auf dem Weg. Ich bin zu viel Quadraten, ich schreibe die Punkte. Mein Lieber Epic ist mein Lieber MC. Die Kussieren meine Strasse, sie haben keine eigenen. Die Kussieren meine Weib, sie schreien die Motive. Du kannst mich nicht mehr loswerden. Ich mache, was ich will. Was ich will, was ich will. Ich will, was ich will. ich will, Ich will, ich will, ich will. Ich will, ich will, ich will, ich will. Äh. Das ist echt jetzt gerade so ein bisschen, ich sag mal langsam, so ein bisschen langweilig von den, von den, äh, wenn man sich das anschaut, ja. Ja. Weil, ähm, für mich, ich, ich bemerke jetzt erst, so, dass die Beats mittlerweile alle gleich klingen. So. Mittlerweile. Am Anfang war das wirklich interessant. Ähm, es gab viele Variationen, ja. Und, äh, es, äh, es, es, es klang gut, es klang, äh, fresh. Aber mittlerweile klingt das so eintönig, finde ich, ja. Ähm, es gab ein paar gute Tracks, so ein bisschen Trapped, äh, Songs. Aber mittlerweile ist das wirklich, ähm, eintönig. Und ich kann auch verstehen, dass die Leute, die sich 23 Songs anhören, nach einer Zeit auch, äh, müde davon sind, ja. Möjet играет вокруг, äh, как будто я не знаю, что такое любить. Как будто я не знаю, что такое любить. Как будто я не знаю, что такое любить. Эй. Baby, yeah, baby, äh, снимай себя все, да снимай себя. so, wie ihr es anzusehen, hier entsteht eine Destruktion der Leute, der so genannten Artisten und Rappern, die Baiter tröpfchen Ja, schwierig, also es wird auf jeden Fall nach einer Zeit langweilig die sich in die Zeit langweilig Das war, das war, das war, das war. Ich weiß, dass wir in den Bühnen gehen. Wie ist das, wenn es nicht Liebe ist? Ich habe nichts gesagt, ich habe nicht mehr gesagt. Meine Frau hat mir gesagt, ich habe nur eine Ede. Ich weiß, wie es das nicht Liebe ist. Ich fühle mich so warm, es hat mir die Gesicht. Jena W Und hier Romantik Der nächste track ist das Laufbeinig Ich weiß, dass sie das mit mir immer wieder Ey, wie es das alles wieder aussieht Baby, da Baby, da Baby, da Baby, da Baby, da Baby, da Das ist das Das ist alles in den Kopf Das ist alles in den Kopf das ist der das der die das das die das die die was ist das? Reverse Sample? Ok, der Beat kling... Krass. Was ist das? Das war's. Was ist der Unterschied? ich weil sie alle nicht mehr sind. Sie haben keine Schlammung, aber sie sind oft. Ich bin ein Lied, ich bin ein Lied, das ist ein Däremon Ich habe das mit mir alles, was ich bin, was ich bin Ich weiß, dass ich mich nicht in die Tage verletzt habe Ich bin ein Lied, ich bin ein Lied, ich bin ein Lied Ich bin immer wieder, ich bin nicht in der Liebe Ich habe mir nie ein Lied, ich bin sehr tief, unter dem Lied Ich bin auf alles, was es ist, mit mir ist es nicht Valentina, wie ich mich über dich Das war's für heute. BLEH ok anscheinend gefällt der track dem ich würde vorschlagen die letzten tracks die letzten zwei tracks würde ich mir alleine anhören ohne die reaktions von so die letzten tracks die letzten beiden jetzt mein Mann mitzum wir sind mitzum sie lieben ich oder die bin ich nicht so wie ich war sie ich habe ausgerechnet ich sie schon sieht aber ich glaube nicht verstanden ich habe immer wieder ich bin bereit ich bin bereit auf diese DERKEL ich habe auch nach dem Routen Ich bin bereit, dass alles hoch ist. Ich habe mit einem Bandos und mit einem Präparat. Ich versuchte alles mit Fond, ich habe alle Rezepte von der Kaste. Ich habe es nur noch ein paar Mal, nicht mehr so ein paar Mal. Ich habe es mit mir, du gehst sie zurück. Ich habe Probleme mit dem Kopf, das ist wahr. Ich gehe in irgendein Club, mit mir jetzt ist die Brigade. Ich war schon immer noch, aber jetzt ist alles in Ordnung. Ich habe es nicht mehr gedacht, dass ich die Kopf auszunehmen. Ich bin ehrlich, ich bin ein Premier Minister. Ich habe lange gedauert, dass ich mich sehr verletzt habe. Ich bin immer wieder weg von mir und von meinen Gedanken. Ich weiß nicht mehr, wie wir uns verletzt sind. Ich bin mit meinem Gang, wir sind alle mit mir. Sie lieben mich oder Geld. Ich habe es nicht so gemacht, dass ich mich verletzt habe. Ich glaube, dass ich sie nicht verletzt habe, aber ich glaube nicht. Ich habe es nicht verloren, ich habe es wieder verloren. Das ist eine sehr interessante Beat mit diesem ... Das ist eine sehr interessante Beat. Ich werde einfach nie gehen. Ich bin sehr tief in die Gedanken zu ersetzen. Du hörst, du hörst du nicht, baby. Du glaubst nicht, du hörst. Ich muss sagen, sehr futuristischer Beat. Ich denke, was ich nicht zu sagen. Ich bin nicht zu sagen, was ich nicht zu sagen. Ich habe keine Ahnung, zu erzählen, wer ich, und wer Sie sind. Okay. Okay. Ich sag mal so, interessant mal so ein paar Reactions sich anzuschauen und zu sehen, was die Leute so denken, wie die Leute darauf reagieren, finde ich interessant. Aber man merkt auch, dass nach einer Zeit die Leute einfach keine Energie mehr haben und man sieht auch wenig Emotionen, weil das Album einfach so groß ist. Trotzdem, ich fand es interessant, muss ich sagen, vielleicht mache ich mehr solche Videos, mal sehen, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich solche Videos mehr machen sollte. Ihr könnt mir auch schreiben, was ihr von diesem Album haltet. Versucht bitte, sachlich zu bleiben. Jeder hat so seinen Geschmack, jeder findet gewisse Sachen gut, gewisse Sachen nicht. Ich bin auch jetzt nicht der Typ, der sagt, ich muss alle New School Rapper oder New School Songs mir anhören und alles muss ich mögen. Nein, ich habe auch gewisse Künstler als Favoriten, die ich mir sehr gerne anhöre. Aber es ist trotzdem interessant, auch mal neue Projekte sich mal anzuschauen. Und ich glaube, viele haben auf dieses Album gewartet und wollten auch was Neues haben und die ersten, ich würde sagen, die ersten sieben, acht Songs waren auch cool und waren auch wirklich interessant. Und danach, aber eher klang alles so ein bisschen eintönig in meinen Augen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.